Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krips, und Buchdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Sie sind ohne Ehre! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken! Ist das Feiglinge, Verreiter, Versager? Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, dass Sie sich der Fall ist, eher ich mir einen Kugel durch den Kopf. Ich bin glücklich! Vielen Dank!